Und wieder zurück, hier in Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, der 3DS-Ableger, jetzt auf dem PC, und ich gebe mir nochmal eine Heilung, die ich nicht brauche. Und wir suchen immer noch hier, den Weg zum roten Pfeil. Das war das Wort, was ich suchte. Warum sind die Gegner gespawnt? Die habe ich nur im letzten Part besiegt. So. Das zeigt mir an, hier wäre was. Genau hier. Aber ich komme da nicht hoch. Den hoch soll sein, der hoch ist nein. Ich gucke halt nochmal. Oh ne, oh, oh, hallo. Ah, ah, ah. Wollte schon sagen, backe ich mir jetzt hier in der Schwimmanimation fest, oder was? Wo? Oh, sag mal. Hey, ah. Hoch. 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 Sag mal. Ist das wir in Schwachsinn hier? Halt dich da mal fest, Junge. Genauso. So, schön rüber. Springe, um das Seil zu greifen. Ja, das hatten wir schon. Gut. Hier haben wir live abbekommen. Ah, ja, das muss man erst mal wissen. Dass man da hochkommt. Ja, dann macht das Sinn. Dann macht das hier auch Sinn mit dem Pfeil und so. Aber jetzt bin ich eingeschlagen, was meiner Lebenszeit nicht gern geht. Okay, ja. Au, 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 au. Und geil, und geil, und geil. Mein Leben ist das und mein Leben ist das Gute. Ich habe kein Lebensbrunnen. Oh nein, oh mein Gott. Oh gut, äh, oh schlecht oder so. Oh, 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 oh. Ja, das war. Ja, der Part ist ja, der Part beginnt toll. Ähm, bin ich denn hier, wo ich sein wollte? Ja, bin ich. Glaube ich. Weil der Feuerwehr gerade wieder alles zeigt, ich bin gerade irgendwie verwirrt. Noch mehr? Ja. So, und den noch mal, und den, ne, ja. Geht's denn noch höher? Hö, so. Ach, das ist vielleicht so ein Ort, wo man eher, ähm, nur mit der, mit dem, ähm, mit dem, ähm, mit dem Kampfkreuz oder so, ne? Ups. Ja. Mein, ja, gut. Schmerz. Leicht. Im Knie. So, reden. Mit Lappen, wir mal, Matschi. Du willst auch noch mal was? Natürlich. So, ist jetzt, ist alles fröhlich jetzt hier. Oh. Geht natürlich nicht, genau. Das, äh, Dilemma hatten wir eben. Ja, Mensch, wir müssen mal. Na, dann, anderen will ich hier nehmen. Au, du. Mist, Dings. Oh, hier hat ein Heilbronn. So. Und da kommen wir auch wieder nicht hin, wa? Na dann. Machen wir mal. Ähm. Ah, Notizen. Genau. Kann ich da ein bisschen schieben? Ähm. So, da. Äh, platzieren. Du, hey. Ah, nee. Ich nehme den Hinweis an. So. Ich finde die, äh, die Idee cool, dass man da das so, äh, markieren kann. Gefällt mir sehr. Hätte ich mir in Teil 2 auch sehr gern gewünscht. Und jetzt? Okay. Was ist das? Bist du, ob wir jetzt, äh, nicht verwendet werden, kommen später wieder. Äh, magik, vielleicht. Es hat ja noch keine Magie, okay? Wer in der Hölle bist du? Stunderscheid. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fähig noch mehr, verdammt! Das ist nicht genug. Ich muss noch mehr sehen. Das ist die Krise, die mein Vater hatte. Ist es noch nicht in der Kastel? Ich bin hier, um die Todesmögen zu retten, um die Todesmögen zu retten. Ich meine, um zu enden das Verrückte, die hier regiert. Willst du dich in meinem Weg? Ich muss diese Waffe retten. Willst du mir die Verrückte? Okay, wir... Dammit! Oh, okay. Ja... Mit deinen momentanen Fähigkeiten kannst du diesen tödlichen Wasserfall... ...diesen tödlichen Wasserfall... ...wohl noch nicht umgehen oder so. Irgendwie sind die Tipps so schnell. Gut. Ja, äh... Wer auch immer das Sinn war... ...er uns... ...mit dem Spiegel des Schicksals zeigen können, ähm... ...was wir sehen wollen oder sehen mussten. Und zwar das Kampfkreuz. Unser Vater. Von unserem Vater das Kampfkreuz. Ist noch in der Burg und da müssen wir uns holen. Au. Also, ja, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Egal. Ja, das können wir noch nicht. Ich glaube... ...das tut weh, das Wasser. So, dann... ...ja... ...könne, glaube ich, gleich ein Bosskampf kommen, oder? Ah, guck mal an! Was das wohl wär? Er ist! Was? Na weh? No, nicht mehr. Das ist Ihr, das was... Ja! Dann, oder? Was? Oh, was ihr denn? Das war's. Alles? du hast die geist von welt nates gefunden glb um ihn jetzt zu berufen was um die geist hilft simon feindliche angriffe abzublocken jeder erfolgreiche block verbraucht allerdings magie tötet feinde um magische sphäre zu sammeln und dann magie vorrat wieder aufzufüllen bei aktivierte magie getötete feinde lassen keine magischen sphären fallen krass okay das ist unsere magie und das hätte ich mir echt gerne im zweiten teil gewünscht dass wir start ja geist magie zum blocken haben gefällt mir geil zum autoblock perfekt für mich perfekt für mich der so schlecht blocken kann wie geil da ist das gefällt mir neu die mitglieder des belnards clans kenne ich zwar nicht aber egal haben ihr leben dem unterwürfigen dienst an der kirche verschrieben da sie aufgrund dieser hingabe mit magischer heil und schutzkraft gesiegt wurden nach ihrem tod durften die geister aller verweiblichen belnards in dieser welt verweilen um den schutz zu gewähren und die ihn benötigen und denen schutz zu gewähren wenn er diese macht nutzt kann simon gefahren vermeiden die er sonst unmöglich überstehen würde er weiß nicht dass er den geist und die liebe seiner mutter ja passiert was haben wir neue flächenangriff kombo ende okay ja dass wir möchte der müsste da sein nice ja nehme ich zu hin gut mit der neuen magie können wir doch jetzt bestimmt weiter kommen oder nein eigentlich rüber okay geht also so dies ist eine magie quelle verwende sie um magie zu holen und nicht noch mal rein zu spüren außerdem schützt der geist simon noch vor anderen gefahren wie diese dampfwelle das mag ich dann holen wir uns doch hier noch mal magie dann müssten wir jetzt hier rechts rüber kommen können oder lasst ihr vom geist der bellen jahr zu beschützen rufe ihn mit lb da ja war wie geil ist das hätte ich gerne im zweiten teil gewünscht zu der magie außen und noch mal auffüllen ach so deswegen ja schaffst das da ist ja gleich erstmal hier rechts okay rechts ist nichts so ähm gibt es denn hier links was offenbar müssten wir dann links lang nein das bedeutet wir finden hier bestimmt was optional ist oh oha oha der rückweg wird hat ob sich das hier lohnt fahrt wie gleich okay rückweg ist damit gesichert es wird nur noch ein bisschen live okay ich habe das gefühl dass wir hiermit richtigen weg anschlagen habe auto scheiß was mache ich denn gottes will sind da oben denn nix mehr oder was ich bin fast tot regiere ich bin im grunde tot ich habe mich da nicht höher nach hier wahrscheinlich oder Oh man, ob wir das überhaupt noch schaffen? Äh Hä? Links lang, oder wie? Ich bin gerade verwirrt Keine Ahnung, ich gehe jetzt halt nochmal zurück hier Ich bin gerade irgendwie verwirrt, was die Wege angeht Ja, das kann natürlich auch passieren So, wo bin ich denn jetzt? Äh Ja Magie, top Ah, komm Und jetzt rüber Ja, kann auch Oh, mal, ob ich da jetzt nicht so wirklich einen Weg gefunden Ich schicke da jetzt einfach mal den Weg hier unten Oh, was ist da denn? Oh, was haben wir denn da? Du hast eine Bestienkarte gefunden Suchen nach anderen, die in der Burg verteilt liegen Geht Habchen Die Habchen sind so tödlich wie ein Raubvogel Und gleichzeitig so elegant wie eine Frau Sie haben sich zu einem organisierten Kriegerstamm zusammengeschlossen Der unter der Festung haust Im festen Glauben daran, dass das Äh Ja Danke Äh, dass das Fleisch, ihre Beute, ihre Kraft und ewiges Leben verleiht Sind sie den fanatischen Mördern Äh, zu fanatischen Zu fanatischen Mördern geworden Die Jagdausflüge in der Burg organisieren Die Jagdausflüge in der Burg So Okay, hier hol ich mir Magie Ähm Ja, weiß nicht Kein Rester nochmal Dann guck ich hier oben nochmal. Ups, das wollte ich nicht. So, Magierding. Du willst mir sagen, das war's. Ich benutze Magie, um hier heraufzukommen, nur damit ich Magie finde? Finde ich jetzt nicht so toll. Tja, jetzt bin ich gerade ratlos. Oben waren wir aber schon und rechts ist auch nichts mehr. Wo geht's jetzt lang? Ich kann ja nochmal hier gucken. Ne, halt eigentlich weiter nach oben immer, ne? Wieder hoch und rechts. Ne, komm. Komm, gucken wir nochmal. Muss doch irgendwie schaffbar sein. Auffrischen nochmal. Kostet ja nichts, wenn's gratis ist. Und jedes Mal vergesse ich, das Ding anzumachen. Boah, wie... Äh. So, guck ich halt hier nochmal nach. Was soll ich denn damit denn jetzt? Vielleicht den hier lang schieben? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh Gott, noch mehr? Oh, das wird nichts mehr. Das wird nichts. Nein, das war's. Jetzt bin ich wieder komplett raus. Jetzt bin ich wieder raus, Alter. Wo? Ich hab gerade irgendwie... Voll Nullpeilung mehr. Diesmal lasse ich die Magie an. Ja, diesmal lasse ich es an und muss dran denken, dass ich das nicht in aus Versehen ausmache, weil ich es anmachen will. Das könnte wieder mein, äh, Untergang bedeuten. So, diesmal so. Und weiter. Es muss doch irgendwie... ...weiter gehen jetzt. Schneller. Schneller. Boah. Oder ich geh hier hoch. Ja. Sonderbar. Kann ich neue Magie holen? Oh, geil. Geil. Wuh. Anmachen. Go. Dann schaffe ich das auch in meinem Leben. So, auffrischen wieder. Cool. Ah, und jetzt geht's also weiter. Geil. Irgendwie hier alles wunderbar geholt. Hoffe ich zumindest. So. Ich möchte links jetzt eigentlich nicht lang gucken. Stattdessen möchte ich hier hoch. Da rechts ist doch bestimmt wieder... Genau das. Ja, Kampfkreuz wahrscheinlich wieder. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Oh, ne. Oh, komm. Ernsthaft jetzt. Ach, das ist doch doof jetzt. Oh, komm. Ernsthaft. Ey. Oh, Mann. Er hat ja mal ruhig im Zwischenpunkt sein können jetzt. Noch einmal. Er sitzt da auch nicht schnell macht. Nee. Er brauchte Jahre. Ja, da muss ich also die Sache, die Stelle da oben, wieder vormerken. Und dann, wenn ich das Kampfkreuz habe, da lang gehen. Lässt dich nicht ändern, mach ihn. Ach so, ja klar ist mir hier hoch. Zack, zack. Zack. So, und jetzt den wieder langfahren. Anmachen. Soweit ist hier alles easy. So. Hier nochmal ein neues holen. Na, komm. Buch da. So, und jetzt bin ich wieder live. Wunderbar. Das war nicht wunderbar. So, merken wir uns, da ist wieder etwas. Ähm, ja, wo packe ich den denn hin? Ich würde sagen, hier so, ne? Kampfkreuz. Ähm. Kampfkreuz. Ja, nenne ich das Ding mal so. Ist passend eigentlich, ne? Weil da rechts können wir wahrscheinlich nur mit Kampfkreuz ran. Also macht es da dann Sinn, dass ich das so nenne. So. Aber hier kommen wir doch auch noch mit Kampfkreuz lang, oder? Ähm. Ähm. ich dachte eben schon dass sie dann um die kampfkampfkampfkampf ich wollte schon sagen komme ich jetzt nicht weiter oder was ich denke ich noch mal versuchen und muss noch mal verfahren ich war echt gerade unsicher ja wir haben es gegeben noch jemand ok aber immerhin kommen wir jetzt weiter ich hoffe nun dass er hier auch speichert ansonsten müssten wir wieder von vorne das möchte ich ungern also gibt es denn hier rechts noch was ok wow ja wir kommen näher ach die wieder ok die fliegenden harpien wieder solange die in diesem spiel einfacher sind als hat da kommt wieder nicht um kampfkreuz oh god wie viele noch ähm ich war noch mal kampf kreuz bitte ich hoffe natürlich dass man hier mehrere machen kann zwischen notizen wunderbar gut dann kann man es hier also mehrere machen ich hatte gerade Befürchtung gehabt dass man eine begrenzte Zahl an Notizen machen darf das wäre nicht so toll so komm her kommt her besser gesagt doch fast da rechts links mal nicht links warte guck ich ja nicht hoch Warum guck ich da nicht hoch? Da ist was zum Lesen! Seid halt nicht! Weg mit euch! Das war's schon? Billig! Oh Gott, ne! Oh, das lief! Ach, wieder hier! Gammelfleisch! Gibt's denn hier links noch was? Ne, wohl nicht! So, da geht's hoch wohl weiter. Deshalb guck ich hier erstmal. R&T wär wenn... Oh! Ja, wenn's so ist, dann guck ich doch... ...die andere Weg nochmal. Denn da ist doch schon ein Gang, die seh ich jetzt schon. Ich wusste nicht, dass das eine Fahrschule ist. Hallo? 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 Geht doch! Geht doch! Oh, oh, da ist die was! Will dahin... ...haben will! Wie komm ich denn da jetzt ran? Wie komm ich denn da jetzt ran? Na gut, dann fahren. ... ... ... Vielen Dank.